Will man manchen Pluralisten heutzutage Glauben schenken, so müsste man davon ausgehen, dass im Grunde jede Religion das gleiche lehre und dass alle Religionen ja irgendwie zum Ziel führen würden. Eine der ungeheuerlichsten Behauptungen ist dabei zu sagen, dass das Christentum und der Islam ja im Grunde für die gleiche Botschaft stünden und der Islam ja eine friedliche Religion sei. Und wenn wir Jesus mit Mohammed vergleichen, dann ist das ungefähr so, als würden wir Mutter Teresa mit Wladimir Putin vergleichen und dann zum Schluss kommen, dass die zwei ja im Grunde genau das gleiche gelehrt hätten. Naja, dumm nur, dass es sich bei der einen Person um eine barmherzige Frau handelte, welche anderen Menschen geholfen hat und das zu ihrer Lebensdoktrin gemacht hat und der andere ein verbrecherischer Despot, der auch gerne mal andere Länder überfällt. Und genauso ähnlich sind wir hier mit diesem Phänomen konfrontiert, wenn wir Jesus Christus mit Mohammed vergleichen. Denn das eine ist der einzig wahre Gott, der Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der absoluten Ewigkeit und das andere ist ein weltlich denkender Kriegsverbrecher. Ja, wollen wir uns die Sache allerdings einmal anschauen. In relevanten Themen wollen wir diese beiden einmal ganz klar gegenüberstellen und dann solle man entscheiden zum Schluss, für wen man sich entscheidet. Denn fangen wir einfach mal an mit der Einstellung zu Gott und Mensch, mit der Grundeinstellung zu Gott, mit dem Gottesbild und der Einstellung zum Menschen. Und bei Jesus hört sich das wie folgt an. Markus 12, 31 Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten wie zu einem Selbst wird zum höchsten Gebot. Das bedeutet, man soll Gott lieben und als seinen Herrn annehmen, wobei hierbei eine Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer entsteht, das nicht eine Sklavereihaltung darstellt, sondern das eine ewige Beziehung wie zu einem Vater und einem Sohn, einem liebenden Vater und einem Sohn ist. Bei Mohammed sieht das Ganze allerdings schon anders aus, denn hier heißt es in Sure 3, 2, man solle einfach mal Allah anbeten. Naja, so weit, so gut. In Sure 9, 123 und 124 sowie in Sure 9, Vers 111 jedoch wird klar, was Mohammed von den Menschen hält. Denn nur die Menschen, die ihm folgen und die das glauben, was er sagt, sind Menschen, denen man tatsächlich mit Brüderlichkeit begegnen sollte. Der Rest sollte einfach mal bekämpft werden. Naja, ob das das gleiche ist wie die Nächstenliebe? Also ich persönlich wage es zu bezweifeln. Das Verhalten gegenüber Andersgläubigen und gegenüber Menschen mit anderer Meinung bildet heute einen wichtigen Grundpfeiler in der aktuellen Diskussion um Toleranz. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sich als tolerant bezeichnen möchte, auch andere Meinungen dulden sollte. Wenn wir uns jetzt ansehen, was Jesus und Mohammed dazu gesagt haben, dann wird klar, wer für Toleranz steht. Denn Jesus selbst hat in Matthäus 5, Vers 46 bis 48 gebeten und geboten, dass man ein freundliches Verhalten allen gegenüber an den Tag legen sollte. Allen gegenüber. Und dann heißt es so etwas wie, was würde es euch denn bringen, wenn ihr nur denen einen Gruß schenkt, die euch auch persönlich glauben und die eure Glaubensbrüder sind. Das gleiche tun ja die Heiden auch. Das bedeutet, hier ist eine Aufforderung dazu, allen Menschen gleich zu begegnen, allen Menschen einen Gruß zu übermitteln, alle Menschen mit dem gleichen Respekt zu behandeln, unabhängig davon, ob sie jetzt der Meinung von dir selbst sind oder aber auch nicht. Und bei Mohammed heißt es in Surah 48, Vers 29 und Sahih Muslim 2, 1, 6, 7a folgendes. Man sollte grundsätzlich Feindseligkeit an den Tag legen gegenüber Menschen, die sich nicht als Muslime identifizieren und diese Menschen sollten bekämpft werden. Hä? Das ist jetzt aber komisch. Das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Ich dachte, Jesus und Mohammed lehrten dasselbe und das sei eine Friedensreligion. Puh, also jetzt bin ich wirklich desillusioniert. Denn irgendwie ist das ja auch nicht miteinander vereinbar. Das freundliche Verhalten allen gegenüber im Matthäus-Evangelium und Kampf und Feindseligkeit im Koran und in den Hadithen. Denn, naja, eigentlich ist ja das, was Jesus sagt, das, was wir als moralisch richtig bezeichnen. Gehen wir weiter. Die Beziehung zu den Nachfolgern. Was ist mit der Beziehung zu den Nachfolgern gemeint? Sowohl Jesus als auch Mohammed haben Nachfolger berufen. Das bedeutet, dass es Menschen gab, die ihnen nachfolgten und die ihn unterstützten, die an ihre Botschaften glaubten. Ja, und da sehen wir ein ganz klares Muster. Johannes 15, Vers 13 bis 15 wird ganz klar. Jesus liebte seinen Nachfolger und bezeichnete sie als seine Freunde. Während Mohammed in Sure 33, 40 und Sahih Muslim 5, 3, 2 ganz klar jede freundschaftliche oder familiäre Beziehung zu seinen Nachfolgern ablehnte. Er hat sie offensichtlich als Angestellte in seiner Agenda betrachtet. Als mehr nicht. Schätze im Himmel und auf Erden. Also ich persönlich würde einfach mal spontan sagen, dass jemand, dem es tatsächlich um inneren Frieden, um Barmherzigkeit, jemandem, dem es wirklich um Gott geht, jemand ist, der ohne Kompromisse die Botschaft Gottes friedlich verkündet und der dafür nichts verlangt. Und jemand, der tatsächlich da auch wirklich ganz auf Gott ausgerichtet lebt. Ihm ist nicht das Geld, sondern Gott am wichtigsten. Und in Matthäus 6, 19 bis 21 heißt es von Seiten Jesu, dass materieller Reichtum verhältnismäßig unwichtig sei und Jesus betont hier ganz klar die Wichtigkeit der Schätze im Himmel. Das bedeutet, das, was wichtig ist und das, was am Ende wirklich zählt, ist das, was du dir im Himmel an Schätzen angesammelt hast. Nicht auf Erden, denn der materielle Reichtum, der wird irgendwann vergehen, denn Materie ist nun mal nicht ewig. Aber wenn du Gutes tust, wenn du ein gutes Herz hast und wenn du das Evangelium verkündigst und zwar mit Frieden und Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber, dann hast du Schätze im Himmel gesammelt, die dich zum Schluss in den Himmel bringen. Während Mohammed in Sahih al-Bukhari 2977 arrogant mit den Schätzen der Erde, die er persönlich sammelte, geprahlt hat. Naja, jetzt ist Mohammed seit über 1400 Jahren tot. Ich bezweifle, dass es ihm noch irgendetwas bringt, dass er Reichtum gesammelt hat, dass er so viele Frauen um sich herum hatte, sondern jetzt würde er sich vermutlich wünschen, die Schätze im Himmel gesammelt zu haben. Das Tor zum ewigen Leben ist eng, sagt Jesus, Matthäus 7, 13, und nicht alle finden es. Und das ist, wenn wir einmal nüchtern darüber nachdenken, die einzig logische und rationale Auffassung. Denn wenn ich hergehe und sage, ihr braucht nur mir zu folgen und mir euer Geld in den Rachen schmeißen und dann kommt ihr in den Himmel, dann ist das eine wirklich schlechte Auffassung. Und Mohammed hat ja auch ganz klar gesagt, Sahih Muslim 194a und 196b, dass das Tor zum ewigen Leben weit ist, natürlich. Dann hört es sich ja auch schöner an. Aber die Tatsachen sind halt nun mal so, dass es nicht reicht, wenn man einfach mal einmal gut gewesen ist oder wenn man einmal etwas Gutes in seinem Leben gemacht hat und dann danach einfach tun und lassen konnte, was man will. Nur jemand, der wirklich barmherzig, der ein gutes Herz hat und der für die Sache Gottes lebt, der ist jemand, der am Ende sich den Weg ins Paradies verdient. Und das bedeutet hier ganz klar auch, um das ganz klar zu sagen, Jesus persönlich will, dass alle Menschen auf diesen Weg des ewigen Lebens kommen. Aber ewiges Leben kann nur erhalten, wer sich tatsächlich an Jesu Gebote hält und nicht jede x-beliebige. Das bedeutet, natürlich ist es logisch, dass nicht jeder x-beliebige in den Himmel kommt, sondern nur der, der wirklich barmherzig ist, der wirklich Gutes tut und der Gott mit ganzem Herzen liebt und sich an Jesu Nachfolge orientiert. Zur Vergebung muss ganz klar gesagt werden, dass natürlich es eine nicht gute Lebensphilosophie ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, wenn jemand ständig, um es jetzt so auszudrücken, die beleidigte Leberwurst spielt. Wenn man anderen ständig an ihren Fehlern misst und selbst Fehler macht und zwar einerseits dann verlangt, dass die anderen immer nett zu einem sind, aber dann selbst einfach schon kleinste Fehler auf die Goldwaage legt, um dann andere Menschen letzten Endes, naja, zu beurteilen, dann ist das kein guter Stil. Natürlich muss man vergeben und verzeihen können, ohne damit die Fehler gut zu heißen, sondern sich um die Fehler Gedanken zu machen. Und Jesus ist ganz klar. In Matthäus 6, 14 bis 15, Matthäus 5, 38 bis 39 sowie Matthäus 5, 43 bis 44 lehrt Jesus Vergebung. Vergebt Menschen, die etwas Falsches tun, ihr seid auch nicht perfekt. Vergebt ihnen, ohne die Fehler gut zu heißen, aber lebt nicht in ewiger Feindschaft wegen eines Fehlers, den jemand gemacht hat. Und bei Mohammed sieht das Ganze anders aus, denn in den Suren 2, 178 und 179, Suren 2, 179 und 180, Suren 2, 191 bis 193 und Suren 192 bis 194, da, muss ich dann sagen, macht das so ein bisschen den Eindruck, als wäre Mohammed ganz schön geil auf Vergeltung. Ein zweifelhafter Charakterzug, um das mal so zu sagen. Die Todesstrafe wird bis heute diskutiert und ich persönlich bin froh, dass es die bei uns in Europa, naja, nicht so hart gibt, wie zum Beispiel in Brunei Darussalam, wo Menschen gesteinigt werden, weil sie homosexuell sind. Aber das nur am Rande. Jesus stellte die Gnade über das Gesetz. Johannes 8, 3 bis 11, während Mohammed hingegen die Strafe über das Mitleid stellte. Sure 24, 2, Bukhari 3, 6, 3, 5. Mohammed hatte also kein Problem damit, selbst flehende Menschen, die sich bessern wollten, einfach zu bestrafen, während Jesus hingegen ein gnädiger Mensch war, der nochmal Gnade vor Recht ergehen ließ. Die Reiche der beiden und die Reiche Gottes, die sowohl Jesus als auch Mohammed hier gepredigt haben, sind vollkommen unterschiedlicher Natur. Also das Reich Gottes sieht in Jesu Predigten anders aus, als in denen Mohammeds. Und das Reich Gottes nach Jesus ist in Lukas 22, 49 bis 51 und Johannes 18, 36 ein gewaltloses Reich. Während es bei Mohammed um Kriege, um Schlachten und um Unfrieden geht. Sure 33, 60 bis 61. Die letzten Worte sind ja immer noch ein letzter Weg, quasi mit seinem Leben abzuschließen. Und da ist es schon wirklich erstaunlich, was wir hier finden können. Denn die letzten Worte sind natürlich auch ein Gradmesser, wie manche Menschen letzten Endes ihr Leben beschließen wollen, wie manche Menschen vielleicht noch einmal die Gelegenheit nutzen wollen, kritisch ihr Leben zu reflektieren und sozusagen sich für ihre Fehler zu entschuldigen, noch einen letzten Wunsch oder noch letzte Botschaften mitzuteilen. Und zwischen Jesus und Mohammed ist in diesem Punkt eine Distanz, die zwar einerseits natürlich sehr stark ist, aber auch wirklich absolut erschreckend und erstaunlich. Wenn wir uns die letzten Worte Jesu ansehen. Lukas 23, 34. Jesus betete um Vergebung. Betete um Vergebung sogar für seine Feinde. Was machen seine Feinde? Sie hängen ihn ans Kreuz. Sie schlachten ihn brutal ab. Und er, kurz vor seinem Tod, betet um Vergebung für diese Menschen und betet vor Gott, setzt sich für diese Menschen, die ihn gerade abschlachten, ein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie krass ist das denn bitte? Was für ein liebevoller Mensch muss jemand sein? Wie voller Liebe muss ein solcher Mensch sein? Ein solcher Mensch ist die Liebe Gottes persönlich. Und hier sind wir wieder beim Thema Fleischwerdung Gottes. Und Gott ist Liebe. Gott ist grenzenlose Liebe. Und in Jesus ist diese grenzenlose Liebe Gottes Fleisch geworden. Und es ist krass, absolut berührend und herzerwärmend, dass Jesus auch für die Menschen betet, die ihn persönlich sogar am Kreuz schlachten. Und da muss man einfach nur sagen, dieser Mensch, Jesus, ist nicht nur voller Liebe. Dieser Mensch, Jesus, ist die Liebe Gottes. Und das ist eine wunderschöne Botschaft. Und wenn wir jetzt zu Mohammed kommen, dann muss ich sagen, bin ich wirklich, weil es ja ganz das genaue Gegenteil ist, erschrocken. Da ist es wirklich, das ist wirklich erschreckend, was da, was da tatsächlich abgeht. Denn schauen wir uns Bukhari 435 und 436 an. Schauen wir uns Sahih Muslim 530 und 531 an. Die letzten Worte Jesu waren sogar für Vergebung für seine Feinde zu bitten. Und Mohammed nutzt seine letzten Worte vor seinem Tod, um Allah, um den Fluch gegen Nichtmuslime zu beten, anzubetteln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie von Hass zerfressen, wie zutiefst bösartig und wie hasserfüllt muss ein Mensch sein, seine letzten Worte vor dem Tod zu missbrauchen, um andere Menschen zu verfluchen. Und das auch noch in Gottes Namen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ekelhafter geht es nicht mehr. Und da bin ich wirklich so weit, dass ich sagen muss, es ist unfassbar, wie manche Menschen, wie uninformiert manche Menschen sein müssen, dass sie diesen Mann ernsthaft gleichstellen wollen, auf die gleiche Stufe stellen wollen mit Jesus. Jesus hat sogar für seine Feinde, die ihn ans Kreuz gehängt haben, die ihn brutal abgeschlachtet haben, um Vergebung gebeten. Und Mohammed hat Menschen aus ideologischen Gründen in Gottes Namen verflucht. Wie um alles in der Welt willst du diese beiden Menschen vergleichen? Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Es wird ja manchmal gesagt, so wie ein Mensch im Umgang mit Kindern ist, so ist auch sein Charakter. Die Geschichte von der Kindersegnung durch Jesus ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Matthäus 19, 13 bis 15, Markus 10, 13 bis 16, Lukas 18, 15 bis 17 ist einerseits natürlich eine gute Veranschaulichung, wie liebevoll Jesus mit Kindern umging. Auf der anderen Seite findet sich hier allerdings auch eine wichtige theologische Mitteilung, eine wichtige theologische Botschaft des Evangeliums Jesu Christi, des Evangeliums Gottes. Nämlich schlicht und ergreifend die, dass wir ganz klar sagen müssen, ein Mensch erbt das Reich Gottes, wenn er ein Kind ist, in Anführungszeichen. Die Kinder sind nämlich noch ganz unbescholten, noch ganz unschuldig, wissen noch nicht viel und sind brav, hören auf ihre Eltern sozusagen, wie man eben als kleines Kind noch ist. Unschuldig einfach. Unschuldige, zarte Geschöpfe. Und wenn jemand so bleibt, wenn jemand also zwar erwachsen ist, aber innerlich Kind bleibt, dann erbt man laut Jesus das Himmelreich. Und das ist natürlich eine Botschaft, die im Einklang mit unseren persönlichen moralischen Einstellungen, im Einklang mit der Schrift steht, sodass wir ganz klar sagen müssen, da ist also zweierlei. Da haben wir den liebevollen Umgang Jesu mit Kindern und die theologische Botschaft, die Jesus direkt mit der Kindersegnung und mit dem Spielen mit Kindern verbindet. Wenn wir uns jetzt anschauen, eine Geschichte aus Al-Albani, Buch 1, Hadith 1183, aus arabischer Referenz, da finden wir einen Jungen, der an Mohammeds Bad zieht. Und naja, so weit, so gut. Und dann macht Mohammed seinen Mund auf und steckt seine Zunge in den Rachen des Jungen. Wir sprechen hier von einem Jungen, wir sprechen hier von einem Heranwachsenden und Mohammed steckt seine Zunge in den Rachen dieses fremden Jungen. Also da ist das Wort verstörend noch fast ein Lobpreis. Und ich persönlich weiß nicht an dieser Stelle, was ich dazu noch sagen sollte, denn das ist verstörend. Das ist verstörend und das ist krank. Barmherzigkeit ist etwas sehr, sehr Wichtiges, laut der Bibel und natürlich laut unserem moralischen Befinden. Denn es ist natürlich so und da stimmt vermutlich jeder Mensch überein. Damit stimmen die spirituellen Schriften, da stimmen die spirituellen Erfahrungen überein. Barmherzigkeit ist etwas unglaublich Wichtiges. Das gehört zur Nächstenliebe, das ist damit untrennbar verbunden, weil wenn ich einen Menschen liebe, ich ihm natürlich auch helfe. Das heißt, soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe sind unendlich wichtig. Und das ist natürlich etwas, was die Barmherzigkeit damit mit einschließt. Und in Matthäus 5, 7 wird ganz klar gesagt, Barmherzige sind selig und sie werden Erbarmen finden. Das ist eine klare Botschaft. Mohammed hingegen hat in Surah 41, Vers 24 von seinem Allah eine ganz andere Botschaft erhalten. Denn wenn Menschen um Gnade bitten, dann sollte man ihnen diese verwehren. Interessante Botschaft ist eine Botschaft, die gegen alles geht, was ein Mensch an moralischen Befindlichkeiten nur haben kann. Ist etwas, das ich persönlich natürlich aus menschlicher Sicht als abstoßend bezeichnen würde. Und von daher muss ich ganz klar sagen, da gefällt mir die Botschaft Jesu schon deutlich besser. Gerade heutzutage aber natürlich grundsätzlich wichtig ist der Umgang mit Frauen. Denn wir leben ja in Zeiten, in denen gerne über Gender, über Geschlechtergleichheit diskutiert wird. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Die ganze Geschichte ist aber meines Erachtens völlig einfach. Natürlich ist die ganze Geschichte völlig einfach. Ich persönlich bin weder ein Maskulist noch ein Feminist. Ganz einfach, weil ich jemand bin, der für Geschlechtergleichheit und für soziale Gerechtigkeit sowohl für den Mann als auch für die Frau plädiert. Es ist vollkommen klar, dass beide Geschlechter gleichgestellt werden sollten. Sowohl rechtlich als auch sozial, als auch in anderen Belangen. Und das ist etwas, was natürlich ist. Etwas, was natürlich das einzig Richtige in diesem Punkt ist. Das bedeutet, Geschlechtergleichheit ist etwas vollkommen Wichtiges im Punkto sozialer Gerechtigkeit. Und wenn wir uns jetzt Jesus ansehen, in Lukas 7, 47, da ist es so, eine Frau, die Liebe zeigt und Reue zeigt, der werden von Jesus die Sünden vergeben. Kann er, weil er sowohl Gott ist, als auch, weil er natürlich selbst für die menschlichen Sünden, die vergeben werden sollen, am Kreuz hängt und bezahlt. Jesus selbst hatte Jüngerinnen, sprach mit Frauen, diskutierte mit ihnen theologisch. Die Frau, die am Brunnen saß, die Frau, die bei Jesus zu Füßen saß. Das war etwas, man saß dem Rabbi zu Füßen und man diskutierte mit dem Rabbi. Das war eigentlich etwas, was jetzt für Frauen nicht wirklich extra gemacht war, um es ganz vorsichtig zu sagen. Es war natürlich etwas, was hauptsächlich Männer in Anspruch genommen haben, aufgrund einer patriarchalen Gesellschaft. Und da ist es dann natürlich so, dass Jesus damit natürlich ein Revolutionär ist. Ein Revolutionär, der die Frauenrechte stark macht. Jetzt habe ich tatsächlich einmal einen Artikel gelesen, in dem allen Ernstes behauptet wurde, dass Mohammed sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Ein Prophet, der für Frauenrechte kämpfte. Wirklich interessant, wirklich interessant, denn ich komme da irgendwie zu anderen Ergebnissen und nein, das hat nichts mit meiner Voreingenommenheit zu tun, sondern einfach nur mit dem, was ich über Mohammeds Botschaft lese. Und nicht von irgendwem, sondern von ihm höchstpersönlich. Sure 4, 34 ermahnt die Frauen, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Und so sollte man auch mit Frauen umgehen, wenn sie widerspenstig sind. Wenn sie widerspenstig sind. Das steht in dieser Sure, in Sure 4, 34. Jetzt ist es interessant, denn Frauen werden im Koran ganz besonders definiert. In Sure 2, 223 werden Frauen als ein Saatfeld bezeichnet. Und man kann zu diesem Saatfeld gehen, wo immer man will. Und jetzt ist es interessant, denn wenn Frauen sich da jetzt weigern würden, dann würde das unter Widerspenstigkeit fallen. Das bedeutet, Frauen werden als Saatfeld gesehen und zu diesem Saatfeld kann man gehen, wann und wo man will. Und man darf Frauen also sexuell vergewaltigen, wann man will. Laut Koran. Und wenn Frauen sich dagegen wehren, Sure 4, 34, ermahnt sie, meidet sie und schlagt sie. Das ist eine Botschaft an Männern. Ist das eine maskuline Religion? Ist das eine Männerreligion? Spielen da Frauen keine Rolle? Höchst fragwürdig. Höchst fragwürdig, um es nett zu formulieren. Zum Thema Reinheit ist es auch interessant, wie wenig Ahnung Mohammed offensichtlich zu haben scheint und wie sinnvoll hingegen Jesu Botschaft ist. In Markus 7, 15 wird ganz klar gesagt, es hat ja nichts mit irgendwelchen Speisegeboten zu tun, ob du unrein bist. Unrein ist, wer innerlich eine schlechte innere Gesinnung hat. Wenn du ein guter Mensch bist, dann bist du rein. Wenn du ein schlechter Mensch bist, dann bist du unrein. Du verschmutzt dich selbst durch Sünde. Du befleckst dich selbst. Du befleckst dein Herz, deine Seele. Du befleckst deinen Körper, deinen Leib durch Sünde. Mohammed hingegen hat das offensichtlich nicht ganz verstanden, denn in Sure 5, 3 wird verendetes Blut und Schweinefleisch tatsächlich da gesagt, das macht einen unrein. Und damit verlagert er die Probleme einfach auf Äußeres. Also es hat ja nichts mit mir zu tun, ob ich unrein bin. Es hat ja was mit Äußerlichkeiten zu tun. Während Jesus natürlich selbst sagt, natürlich hat das was mit dir zu tun, ob du unrein bist oder nicht. Sei ein schlechter Mensch, bist du unrein. Sei ein guter Mensch, dann eben nicht. Interessant ist auch der Punkt Politik und Gesellschaft. Johannes 18, 36 ist vollkommen klar. Jesus sagt, dieses Reich ist nicht von dieser Welt, daher brauche weder ich noch irgendeinen Nachfolger von mir zu kämpfen, weil dieses Reich nicht von dieser Welt ist. Markus 12, 17 sagt dann, man soll Gott geben, was Gott gehört, aber dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das bedeutet, man soll dem Kaiser weiter seine Steuern zahlen, man soll seine politischen Pflichten einhalten und man soll sich da nicht querstellen und das beides ist natürlich vereinbar. Mohammed hingegen sagt Sure 293, da sagt Allah zu ihm, Kampf, Kampf ist das Allerwichtigste, Sure 9, 29, da geht es um Schutzgelderpressung und wieder mal um Kampf gegen Ungläubige. Matthäus 6, 24 sagt aber auch, natürlich sollte man seine Pflichten gegenüber dem Kaiser einhalten, aber man kann nicht zwei Herren dienen, also du sollst nicht den Kaiser verehren, sondern du sollst Gott verehren. In Sure 48, 20 geht es darum, dass Allah Beute verheißt und damit ja letzten Endes nichts anderes sagt, als, ja, Allah hat gesagt, das und das dürft ihr euch nehmen, startet einfach ein paar Angriffskriege, dann wird das schon. So viel zum Thema Reich nicht von dieser Welt und Reich von dieser Welt. Ein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn es wie Jesu Reich ganz auf Gott und auf Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, Gottesliebe, Frieden, Barmherzigkeit ausgerichtet ist und auf innere Werte. Bei Mohammed geht es nur um materielle Werte und Reichtum. Gottes Verheißungen für die Menschen sind natürlich für eine Religion besonders wichtig. In Johannes 6, 47 heißt es, wer glaubt, der wird gerettet werden. Und in Lukas 15, 7 heißt es, es gibt im Himmel mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte. Gott ist interessiert, dass Menschen gerettet werden. Sures 16, 93 sagt, Allah entscheidet selbst, wen er richtig führt und wen er irreleiten wird. Das bedeutet, Mohammed tut und lässt, was er will. Also zudem sagt er, ja okay, du kommst in den Himmel, ja okay, du kommst in die Hölle. Das entscheide ich, je nachdem, nach Lust und Laune, wie ich halt will. Was ist das für ein Erlösungskonzept, bitteschön. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Sures 32, 13, da heißt es, Allah wird die Hölle mit Dämonen und mit Menschen füllen. Allah hat also ein Interesse daran, die Hölle zu füllen. Und das macht ihm ja Spaß. Und es macht ihm auch Spaß, ja den führe ich richtig, den führe ich nicht richtig, ich kann tun lassen, was ich will, ich bin ja Gott, ich missbrauche meine Machtstellung. Ja, und Jesus selbst sagt, wer glaubt, der wird gerettet werden und Gott freut sich über jeden einzelnen Sünder, der sich frei für ihn entscheidet. Er hat die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden, aber wenn er sich für ihn entscheidet, freut er sich mehr mehr als über 99 Gerechte über Christen, die Jesu Botschaft verkünden, wenn nur ein Sünder dann umkehrt. Und das ist eine Botschaft, die göttliche Erlösung gleichkommt. Das ist es. Durch Glaube an Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb und der auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist in die Herrlichkeit Gottes und der die Herrlichkeit Gottes repräsentiert hat, das ist wahre göttliche Erlösung. Nicht, wenn Allah mal entscheidet, ja, der kommt in den Himmel, der kommt in die Hölle, je nach Lust und Laune, ohne dass Allah ja so viel Spaß macht, Dämonen und Menschen in die Hölle zu werfen und damit auch noch prahlt, dass er die Hölle ja füllen wird und dass ihm ja das so viel Spaß macht. Ja, hat man skeptisch zu sehen. Sure 78, 31, ja, das ist ja das dann mit den schwellenden Brüsten, mit den Huris, mit den Frauen mit schwellenden Brüsten und mit übervollen Schalen, also alles paradiesisch ist, gibt es so viel zu essen, gibt es so viel zu trinken, gibt es so viel Frauen zum Sex haben, naja, das sind halt weltliche Dinge, das ist materiell, da hat sich jemand wohl auf materielles, auf materiellen Reichtum hier ganz klar spezialisiert, während Jesus die himmlischen Schätze überbetont hat. Sure 4, Vers 74, da heißt es, es gibt einen Lohn für den Kampf. Der Lohn wurde von Allah bereitet, wenn man kämpft. Und somit müssen wir ganz klar zum Schluss kommen, Mohammed hat weltliche Gelüste gehabt, naja, die weltlichen Gelüste eines sechsgeilen Kriegsverbrechers und hat dann gesagt, ihr könnt das auch haben, ihr könnt so viele Frauen haben, wie ihr wollt, ihr könnt so viel zu essen und zu trinken haben, wie ihr wollt, es gibt so viel materiellen Reichtum, ihr könnt es euch richtig gut gehen lassen im Himmel, wenn ihr kämpft und wenn ihr euch den Reichtum erbeutet. Während Jesus von unbeschreiblicher, göttlicher Herrlichkeit in Ewigkeit spricht, wenn man an ihn glaubt und wenn man damit seiner Nachfolge antritt, ihn also verkündet, der für uns am Kreuz starb, für unsere Sünden und der ein friedlicher, barmherziger und gütiger Mensch war und wenn man selbst ein friedlicher, ein liebender, ein barmherziger, ein friedlicher Mensch war, dann wird man das Himmelreich erben und das ist eine unbeschreibliche, ewige Herrlichkeit Gottes, die gar nicht mit Worten beschrieben werden kann, sodass hier ganz klar getrennt wird zwischen dem irdischen und dem himmlischen und das himmlische ist wundervoll, wenn man dieses Leben gut gelebt hat, wird man in die himmlische Herrlichkeit eingehen und das stimmt ja überein mit den Nahtoderfahrungen und man kann das Ganze dann nicht mehr mit Worten beschreiben. Insofern müssen wir zum Schluss kommen. Wer behauptet, dass Jesus und Mohammed im Grunde das Gleiche gelehrt hätten, liegt ganz offenkundig falsch. Wir haben auf der einen Seite einen Kriegsverbrecher, der nur daran interessiert war, seine Macht hier auf Erden auszubauen und viele Menschen brauchte, um das Ganze durchzusetzen und sie mit überzogenen Gottesvorstellungen und Jenseitsvorstellungen und Jenseitsvorstellungen missbrauchte, manipulierte und in die Irre führte. Auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus, der gleichermaßen Mensch und Gott war und ist und ewig sein wird, der für uns sich aufopfert, für unsere Sünden, damit wir in den Himmel kommen können, der Barmherzigkeit, Liebe, Frieden und Gottes Herrlichkeit predigte. Und am Ende des Tages entscheide ich mich ganz klar für den einzig wahren Gott, für den Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Herrlichkeit, der Ewigkeit, für den einzig wahren Gott, für Jesus Christus. und Jesus Christus, Vielen Dank.